Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 41.800 US-Dollar. Wir haben unseren Support verloren. Die Funding-Rates sind minimal gesunken, trotzdem immer noch sehr, sehr hoch. Wir hatten heute Nacht einen WIC bis auf 41.300 US-Dollar. Wurde instant wieder aufgekauft. Ist das jetzt möglicherweise schon der Beginn der Korrektur, über die wir jetzt schon seit längerem sprechen? Wie sieht es aus? Wie können wir uns positionieren? Das werden wir auf jeden Fall im heutigen Update-Video nochmal genauer angucken. Wir werden uns nochmal den Gold-Chart angucken. Und ja, ansonsten möglicherweise... Ja, nee, morgen machen wir nochmal ein Update-Video. Auf jeden Fall, bevor wir jetzt starten, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne auch die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet. Und ansonsten gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signal-Gruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 41.900 oder 800 US-Dollar circa. Wir haben unseren Support verloren. Von unserem Ascending Triangle haben wir ja gestern noch drüber gesprochen. Okay, diesen Wig, diesen sollten wir jetzt nicht nochmal, ja, ein Close drunter sehen. Ein Close haben wir auch noch nicht drunter gesehen. Aber wir sind mehrmals in den letzten Stunden auf jeden Fall darunter gewiggt. Close, wie gesagt, haben wir noch nicht. Also noch ist, ja, kein großes Bedenken da. Aber an sich sieht diese ganze Struktur derzeit überhaupt nicht bullisch aus. Wir können nochmal im Laufe des Tages jetzt, wir müssen ja auch dazu sagen, wir haben jetzt Wochenende, wir haben verlängert das Wochenende mit Neujahr und Silvester etc. pp. Dass wir möglicherweise jetzt im Laufe des Tages nochmal hier hochkommen in den Bereich der 42.800 US-Dollar, damit die Ineffizienz schließen, die 1-Stunden-Supply-Zone testen und von hier aus dann einen weiteren Abverkauf sehen. An der Long-Position hat sich nichts geändert. Die ist weiterhin bei 40.600 US-Dollar drinnen. Ansonsten sind meine nächsten Buy-Positionen hier bei ungefähr 39.800 und dann halt deutlich tiefer. Aber für alle, die jetzt noch nicht in einer Long-Position drin sind, also in einer längerfristigen Long-Position, würde es sich wahrscheinlich dann auch anbieten, hier unten diese ganzen Wigs hier möglicherweise mitzunehmen. Ich sage mal so ab 40.700, 40.600, da wo unser derzeitiger Entry eben derzeit liegt, dass wir hier im Endeffekt dann nochmal die Long machen. Ansonsten übergeordnet, wie gesagt, hat sich daran auch nichts geändert. Wir haben weiterhin unser Doppeltop oder unsere Doppeltop-Formation hier weiterhin, das große M-Pattern, je nachdem wie ihr es nennen möchtet, mit dem technischen Preisziel hier bei zwischen, ich sage es mal, 36.000 und 38.000 US-Dollar. Also auch da hat sich nichts geändert. Was jetzt einigermaßen noch positiv ist, das muss man jetzt mal noch so vorenthalten, wir haben keinen Daily Close unter unserer Trendlinie gesehen. Das heißt, wir haben die Liquidität tiefer abgegrast, wir haben in den kleineren Timeframes eine kleine Bullish Divergence gehittet, also noch sind wir nicht in dieser Korrektur. Sollte jetzt der heutige Tag hier drunter schließen oder sogar besser gesagt hier unter dieser Marke von knapp 41.600 US-Dollar, dann könnte es übel werden und dann kann das relativ schnell nach unten gehen. Also ihr seht, Korrekturmodus ist weiterhin angesagt und ich habe ja die Funding-Rates schon angesprochen, die sind weiterhin sehr, sehr hoch. Wir hatten gestern da nochmal diesen Peak hier gehabt, ja nachts, also zu Tagesbeginn dann, nach Traderzeit sage ich jetzt einfach mal so. Seitdem ging es ein bisschen nach unten, aber mittlerweile steigen die Funding-Rates schon wieder an. Wir sind immer noch in einem sehr, sehr hohen Bereich für die derzeitige Situation. Ihr wisst, in einem Bullrun sind 0,3, 0,4% waren im letzten Bullrun. Absolut human und ich denke auch, das wird sich dann sogar in einem kommenden Bullrun noch einmal deutlich verstärken, weil einfach viel, viel mehr Liquidität in dem Markt dann wieder drin ist. Wir haben viel, viel mehr Trader wieder. Wir haben große Institutionen, die natürlich auch Long-Positionen aufbauen. Das heißt, die Funding-Rates können wir uns wahrscheinlich dann in einem Bullrun schenken, aber momentan bin ich hier einfach immer noch ein bisschen eher der Meinung, dass hier noch die Korrektur oder diese längerfristige Seitwärtsphase, die wir jetzt hier derzeit momentan haben, sich noch etwas fortsetzen könnte. Außerdem habe ich ja gestern auch schon in die Gruppe gepostet und wir haben ja gestern früh im Video drüber gesprochen, S&P 500, wenn der sein All-Time-High erreicht, könnten die Märkte erstmal runtergehen und wir hatten es im Futures-Chart, also noch nicht im richtigen Chart, aber im Futures-Chart haben wir ein neues All-Time-High erreicht. Wir schauen mal ganz kurz auf die normalen Stockmärkte, also auf den normalen Chart, da sehen wir auch, okay, wir haben es nicht ganz geschafft hier das All-Time-High, es waren nur die Futures. Wir haben gestern dann schon eine leichte Korrektur gesehen, auch beim Nasdaq und sowas. Also die Märkte kommen jetzt möglicherweise dann, Jahreswechsel ist meistens immer noch so ein kleiner Trendwechsel und wir haben eine massive Rallye dieses Jahr gehabt, deswegen gehe ich weiterhin davon aus, dass wir hier immer noch eine Korrektur sehen. Dann habe ich auch noch dazu geschrieben, unser Gold-Trade, der perfekt hier oben abgeholt wurde, also der läuft wirklich perfekt mittlerweile, wenn wir uns das mal angucken, in der Spitze waren es sogar 1,3% im Plus. Stop-Loss-Entry, gestern schon die ersten Profite genommen, habe ich dann auch noch dazu geschrieben. Und dann eben die Bitcoin-Korrektur. Ich bin hier bewusst nicht in den Short rein, weil mir das ganze Risiko momentan ein bisschen so hoch ist, aber für mich immer noch die Funding-Rates etc. pp. spricht einfach dafür. Dann, was gab es noch gestern für Infos? Und zwar hier, ich nehme jetzt einfach mal diesen Post, dass bekannt gegeben wurde, dass JP Morgan sich auch an dem BlackRock ETF bedienen darf und das seinen Kunden anbieten darf. Bis vor ein paar Monaten hat JP Morgan noch gesagt, der ist voll Anti-Bitcoin und sowas. Also man sieht hier in den Medien wird immer Hass geschürt gegenüber Bitcoin und im Nachhinein steigen sie dann doch wieder an. Also grundsätzlich bullische News. Was mich aber halt die ganze Zeit etwas stutzig macht, das sage ich ja auch schon seit ein paar Tagen oder Wochen. BlackRock hat angekündigt, am 3. 1. Bitcoins kaufen in Höhe von 10 Millionen. Was sind 10 Millionen? Für BlackRock ist ein feuchter Furz. Michael Saylor hat, keine Ahnung, das 10- oder 15-fache vor ein paar Tagen gekauft. Übrigens hat er das genau vor einem Jahr auch schon mal gemacht, ist mir vorhin ein bisschen aufgefallen. Ansonsten, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Kurse jetzt doch extrem nach oben hin pumpen. Sollten wir jetzt diesen Support auf Daily-Sicht verlieren, werden wir sehr, sehr wahrscheinlich hier nochmal die 40 bis, ich sage jetzt mal maximal 36.000, 35.000 US-Dollar wahrscheinlich sehen. Auch wenn wir uns jetzt mal das Preisstil, ein Ascending-Trying ist zwar grundsätzlich ein bullisches Preisstil, aber wir können uns auch mal das Negativ-Beispiel angucken. Sollten wir jetzt hier nach unten hinbrechen, würde es auch ungefähr zu unserem Doppeltop passen. Das heißt, Stimmung weiterhin eher seitwärts gerichtet, übergeordnete Seitwärtsphase, keine richtigen Impulse. Gestern war die Frist bei der SEC für die Bitcoin-ETF-Anträge. Es wurden alle eingereicht und jetzt heißt es einfach abwarten. Durch dieses ganze Hin und Her, was wir jetzt hier die ganze Zeit haben, kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass es dann wirklich kein Sell-the-News-Event wird. Jeder rechnet mit einem Sell-the-News-Event. Vielleicht kommt dieses Event schon ein bisschen eher und dann, wenn der ETF genehmigt wird, dass wir dann diesen Impuls nach oben hinkriegen. Wird sich einfach zeigen. Ich würde momentan einfach Seitenlinie bleiben und derzeit ein bisschen warten. Höchstens, wie gesagt, unser kleiner Short-Einstieg, den wir uns mal überlegen könnten im Laufe des Tages, dass wir sagen, okay, wir shorten hier oben diese Ineffizienz bzw. diese Supply-Zone. Gleichzeitig ist hier auch noch das Golden Pocket von dieser letzten Abwärtsbewegung. Also wir haben hier schon eine Menge Confluence und dieser Wicke unten sollte auf jeden Fall noch gefüllt werden und wenn wir ein bisschen so nach der Liquidität gehen, haben wir hier unten auch noch einige Wics zu füllen. Einerseits hier den bei 40.560 grob und hier unten, die können wir erstmal ein bisschen vernachlässigen, aber dieser Wicke hier unten, den können wir mal nochmal blau markieren. Das ist für mich möglicherweise ein potenzieller Boden. Würde auch nochmal diese übergeordnete Seitwärtsphase, die zeichne ich euch auch nochmal ganz kurz ein, das sieht man hier ganz gut, immer wieder hoch, runter, hoch und dann jetzt einfach hier nochmal runter und dann möglicherweise dieses Breakout. Dann wäre das Ascending Triangle hinfällig, jeder hat es auf dem Schirm, jeder denkt dann, okay, Doppeltop, kurzes Fakeout nach unten und dann Blastoff. Schauen wir mal, was kommt. Wie gesagt, kurzfristig, ein Stunden Chart können wir uns hier überlegen, ob wir diesen Short hier oben nochmal eingehen. Sollten wir hier nochmal hinkommen, sollten wir vorher schon abstürzen, ist das natürlich hinfällig. Dann würde ich mich eher long orientieren. Ansonsten gibt es ehrlich gesagt derzeit wenig zu sagen. Wie gesagt, die Märkte haben ein bisschen korrigiert, wir haben Samstag, es ist sowieso derzeit wenig los. Unser DAX Short läuft immer noch, tut sich einfach nichts momentan hier und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielleicht kommt später oder entweder morgen oder heute kommt noch ein kleines XRP Update Video. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, entspannten Tag. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, Telegram-Gruppe joinen und dann war es so von mir. Und gerne mal eure Meinung unten reinschreiben, was ihr von der Lage derzeit haltet. Ja, dann war es das von mir, schönen Tag, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.